Die Gönnel sind schon mal erneuert und der passt es zu 1929. Ich gehe her. Jetzt haben wir nicht mal 100, oder? Maxi, guck mal! Ich habe Angst, dass wir abstillen. Achshase. Oh, Maxi, guck mal! Da ist der Eingang zum Baubüpfel. Da ist der Baubüpfel. Maxi, es geht noch höher. Ach, ich habe Angst. Nee, ich habe riesen Angst. Angsthase, füffelmausen. Mami, kommt da auf die Haare. Nema! Kommt da an, du, ne? Kommt da an, du, ne? Kommt da an, du, ne? Maxi, wir gehen dann höher, ne? Wir gehen dann höher. Oh mein Gott. Komm mal! Das ist höher als der Baubüpfel. Ich kann nicht schwimmen. Das ist gut, aber es ist auch nicht so zufrieden. Ja, ich schwöre das Mund aus. Ja, ich schwöre das Mund aus. Guck mal, wo ich mich untergehe, ne? Das ist so warm, ne? Oh, jetzt habe ich Angst aus. Oh, jetzt habe ich Angst aus. Ja, komm bitte. Ein ganzer Gönnel. Stimmt. Ja, das ist eine gute Idee. Sie crashen, Maxi. Mein Gott, wir kollidieren. Wir kollidieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da ist der Brocken rechts. Oh ja. Mein Gott. Gott. Ist nicht kalt. Ist nicht kalt. Und Maxi, das war nicht kaltes Wurst. Ja, fünf wäre sportlich. Ich würde sagen eher sechs. Wir sind auf dem Berg. Außerdem haben wir noch schon die Seen, oder? Ja. Der läuft immer noch. Der läuft immer noch. 80 Jahre. Aber der läuft immer noch zum Kopf. Ja, ja. So, 483 Meter sind wir hier hoch. 480 Meter sind wir hier hoch. In drei Minuten. Vorsicht. Dankeschön. Schönen Aufstellung. Ah, Papen. Ah, Papen. Ah, Papen. Ah. 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 Ah, cola. Ah, Ach. Vielen Dank.